Die Abenteuer Gordon Pimms oder die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe Kapitel 9 Der Kampf um die Lebensmittel Glücklicherweise hatten wir uns alle vier, ehe die Nacht gekommen, so fest wie möglich an die Trümmer des Ankerspills angebunden und lagen so flach es gehen wollte auf dem Deck. Diese Vorsichtsmaßregel rettete uns zweifellos. Sobald ich wieder Atem schöpfen konnte, nachdem die Wasserflut über uns hergerollt war, rief ich meine Gefährten laut mit Namen. Nur Orgist antwortete und sagte leise, »Es ist vorbei mit uns!« Dann aber konnten auch die beiden anderen wieder reden, und sie ermahnten uns, Mut zu fassen, noch sei nicht alle Hoffnung verloren, die Brick könne wegen ihrer Ladung unmöglich ganz untergehen, und verschiedene Anzeichen deuteten außerdem darauf hin, daß der Sturm am Morgen vorübergehen werde. Diese Worte gaben mir neue Lebenskraft, denn ich hatte noch gar nicht daran gedacht, daß ein mit leeren Tonnen geladenes Schiff ja unmöglich untergehen könne. Die Nacht war undurchdringlich finster, und das wüste Getöse, das uns umgab, einfach nicht mit Worten zu beschreiben. Das Deck unseres Schiffes befand sich auf dem Niveau des Meeres und war von einem Schaumrande umgeben, von dem sich in kurzen Zwischenräumen Spritzwellen über uns ergossen. Unsere Köpfe waren von drei Sekunden nur eine über Wasser. Obgleich wir dicht einer neben dem anderen lagen, konnten wir uns nicht sehen. Von Zeit zu Zeit riefen wir uns beim Namen, um unsere Hoffnung zu beleben, und den, der es gerade am meisten nötig zu haben schien, zu trösten und zu ermutigen. Die große Schwäche Orgists beunruhigte uns sehr, und da sein verwundeter Arm es ihm unmöglich machte, sich so fest wie wir anderen anzubinden, fürchteten wir, ihn jeden Augenblick davongeschwemmt zu sehen. Ihm Hilfe zu leisten, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Glücklicherweise war seine Lage eine sicherere als die der anderen, denn die obere Partie seines Körpers wurde durch ein überhängendes Stück des Ankerspills geschützt, so dass der Anprall der über ihn herstürzenden Wellen sehr gemildert wurde. Da die Bricks stark auf der Seite lag, waren wir überhaupt weniger in Gefahr, fortgeschwemmt zu werden, als wenn sie eine andere Lage gehabt hätte. Das Backbord hatte sich, wie ich schon bemerkte, sehr geneigt, so dass ein Teil des Decks vollständig unter Wasser war. Die Wellen, die also vom Steuerbord über uns herüberfielen, brachen sich zum großen Teil am Schiffsrand und erreichten uns nur teilweise, da wir flach hingestreckt auf dem Gesichte lagen, während die, die vom Backbord hinterrücks über uns fielen, uns nicht aus unserer Lage zu reißen vermochten. Wir blieben in dieser qualvollen Situation bis zum Tagesanbruch, der uns die Schrecken, die uns umgaben, erst deutlich erkennen ließ. Die Bricks schien nur noch ein Holzgetrümmer, das jeder Welle preisgegeben war, und der Sturm nahm noch stetig zu. Während einiger Stunden schwiegen wir, schaudern vor der Angst, dass sich die Stricke lösen möchten, dass die Überbleibsel des Ankerspills über Bord gehen könnten, oder dass eine der ungeheuren Wellen, die sich vor uns, neben uns und über uns hochtürmten, das Schiff einmal so lange unter Wasser begraben würde, dass wir ertrinken mußten, ehe wir den Kopf wieder außer Wasser bekamen. Plötzlich gegen Mittag blitzte ein Sonnenstrahl auf, und kurze Zeit darauf spürte ich, dass der Sturm merklich abnahm, aber erst gegen Abend beruhigte sich das Meer einigermaßen. Höchstens alle fünf Minuten schlug dann mit dem Winde eine Welle über den Schiffsrumpf. Seit mehreren Stunden hatte ich keinen von meinen Gefährten mehr sprechen gehört. Ich rief Augusts Namen. Er antwortete mir, doch so schwach, dass ich nicht verstand, was er sagte. Dann sprach ich zu Peters und Parker, doch keiner von ihnen schien mich zu hören. Kurze Zeit darauf verfiel ich in eine Art von Bewusstlosigkeit, in der meine Sinne meiner Fantasie die lockendsten Bilder vorgaukelten. Ich sah Bäume in schwennendem Grün, prächtige Fluren, in denen reife Getreidefelder wogten, lange Züge junger Tänzerinnen, glänzende Reiterkalvakaden und andere Phantasmagorien. Wenn ich jetzt zurückdenke, erinnere ich mich, dass in allem, was meine Träume mir jemals vorspiegelten, die Bewegung der herrschende Gedanke war. Ich träumte von keinem einzigen unbewegten Gegenstande, von einem Hause etwa oder einem Berge, aber in schier endloser Folge zogen Windmühlen, Schiffe, riesige Vögel, Reiter, rasend dahin jagende Wagen an mir vorüber. Als ich aus diesem sonderbaren Zustand erwachte, war, soweit ich schätzen konnte, die Sonne schon seit ungefähr einer Stunde aufgegangen. Nur mit Mühe erinnerte ich mich der Umstände, die mit meiner Lage zusammenhingen. Eine Zeit lang glaubte ich, noch im Schiffsraum eingesperrt zu sein und hielt den Körper Parkers für meinen Hund Tiger. Als ich endlich wieder vollständig zu mir gekommen war, bemerkte ich, dass nur noch eine mäßige Brise wehte und das Meer verhältnismäßig ruhig war, sodass die Brick nur noch seitlich Wellen schöpfte. Mein linker Arm hatte seine Fesseln zerrissen und war am Ellenbogen ziemlich stark verletzt. Der rechte war vollständig taub geworden, die Hand und das Handgelenk durch den Druck der Fesseln, der von der Schulter bis ganz nach unten gewirkt hatte, furchtbar aufgeschwollen. Ein anderes, um den Leib gewundenes Tau hatte sich unerträglich eng zusammengezogen und peinigte mich fürchterlich. Ich blickte nach meinen Gefährten umher und fand, dass Peters noch lebte, obgleich sich ein Strick so fest um seine Lenden gepresst hatte, dass es aussah, als wäre er wirklich in zwei geschnitten. Als ich mich bewegte, machte auch er eine schwache Bewegung und deutete auf den Strick. August gab kein Lebenszeichen von sich. Parker war dagegen bei vollem Bewusstsein und fragte, ob ich wohl die Kraft habe, ihn aus seiner Lage zu befreien. Er bat mich, all meine Energie zusammenzuraffen und ihn loszubinden. In diesem Fall könnten wir vielleicht gerettet werden, während uns so der Untergang gewiß sei. Ich sprach ihm Mut zu und ging daran, ihn zu befreien. Ich suchte in meiner Tasche nach meinem Messer und öffnete es. Dann durchschnitt ich mit der linken Hand die Fesseln der rechten und die anderen Taue, die mich festhielten. Aber als ich mich erheben wollte, fand ich, dass meine Beine mir den Dienst versagten und mein rechter Arm vollständig bewegungslos war. Parker riet mir, ein paar Minuten still zu liegen und mich mit der linken Hand am Ankerspill festzuhalten, damit das Blut im rechten Arm wieder zirkulieren könne. Ich tat es und die Taubheit begann zu schwinden, sodass ich den rechten Arm in etwa wieder gebrauchen konnte. Ich schob mich vorsichtig auf Parker zu und schnitt die Stricke, die ihn banden, in zwei. Nachdem er auch den Gebrauch seiner Glieder wieder erlangte, beeilten wir beide uns, zunächst Peters zu befreien. Der Strick war durch ein wollenes Beinkleid und zwei wollene Hemden hindurchgedrungen und hatte einen tiefen Einschnitt in das Fleisch gemacht, sodass reichlich Blut floss, als wir ihn entfernten. Kaum war dies geschehen, so sprach er wieder und schien augenblicklich Erleichterung zu empfinden. Auch erlangte er verhältnismäßig schneller als Parker und ich den Gebrauch seiner Glieder wieder und verdankte dies wohl der durch die fließende Wunde hervorgerufenen, schnelleren Bewegung seines Blutes. Orgist lag vollständig regungslos und wir hatten wenig Hoffnung, ihn wieder zu sich zu bringen. Als wir uns ihm näherten, sahen wir jedoch, dass er nur infolge von Blutverlust ohnmächtig geworden, da die Wellen den Verband, den wir seinem verwundeten Arm angelegt, abgerissen hatten. Keins der Taue, die ihn an das Ankerspiel banden, hatten sich so fest angezogen, daß es seinen Tod verursacht haben könnte. Als wir ihn losgebunden hatten, brachten wir ihn an einen trockenen Platz, legten ihn mit dem Kopf ein wenig nach unten und begannen alle drei, seine Glieder zu reiben. Nach ungefähr einer halben Stunde kam er zu sich, doch erst am folgenden Morgen schien er uns zu erkennen und fand die Kraft, ein paar Worte zu sprechen. Als wir alle mit dem Losbinden fertig geworden, war die Nacht gekommen. Der Himmel bedeckte sich wieder und wir fühlten uns von der folternden Angst gepeinigt, der Sturm möge wieder zunehmen. Erschöpft, wie wir waren, hätte niemand von uns eine zweite Schreckensnacht überleben können. Zum Glück hielt sich das Wetter und das Meer beruhigte sich nach und nach ganz. Aus Nordwest blies eine leichte Brise, doch war es durchaus nicht kalt. Orgist, der natürlich zu schwach war, um sich festzuhalten, wurde sorgfältig an das Ankerspiel festgebunden, damit ihn die Schwankungen des Wracks nicht über Bord wirfen. Wir anderen hatten eine solche Vorsichtsmaßregel nicht nötig. Wir setzten uns nahe zusammen, stützten uns einer gegen den anderen und begannen zu überlegen, wie wir uns aus dieser fürchterlichen Lage befreien könnten. Auch entledigten wir uns unserer Kleider und wandten sie kräftig aus. Als wir sie wieder anzogen, schienen sie uns eigentümlich warm zu sein und dienten nicht wenig dazu, unsere Kräfte neu zu beleben. Wir zogen nun auch Orgist aus und erwiesen ihm denselben Dienst und auch er fühlte sich bald ein wenig wohler. Hunger und Durst quälten uns jetzt am heftigsten und als wir vergeblich auf Mittelsannen, diesen Leiden abzuhelfen, sank uns wieder aller Mut. Doch versuchten wir uns mit der Hoffnung zu trösten, daß uns bald ein Schiff aufnehmen werde und ermutigten uns, alles, was auch kommen möge, mit Festigkeit zu ertragen. Als der nächste Morgen dämmerte, war das Wetter noch klar und schön, eine beständige, doch leichte Brise wehte nach wie vor aus Nordwest. Die See war glatt und aus irgendeinem Grunde lag die Brick nicht mehr an der Seite, das Deck war verhältnismäßig trocken und wir konnten auf demselben hin und her gehen. Seit drei Tagen hatten wir nun nichts mehr genossen und es wurde dringend notwendig, wenigstens den Versuch zu machen, uns irgendetwas von unten zu verschaffen. Da die Brick jedoch voll Wasser stand, gingen wir ziemlich mutlos und ohne Hoffnung, etwas aufzufischen, ans Werk. Wir stellten eine Art Angel her, indem wir einige Nägel, die wir aus den Überbleibseln der Kajütentreppentür zogen, in zwei Stücke Holz trieben. Diese befestigten wir nun kreuzweise übereinander, banden sie an ein Stück Tau, ließen es in die Kajüte hinab und zogen es hin und her in der schwachen Hoffnung, irgendetwas Essbares oder wenigstens etwas, das uns zur besseren Herbeischaffung von Nahrung dienen könne, herauf zu befördern. Wir brachten den größten Teil des Morgens mit dieser Beschäftigung zu, ohne etwas anderes zu fischen als ein paar Bettdecken, in die sich die Nägel leicht eingehakt hatten. Unser Werkzeug war so plump und unpraktisch, dass wir kaum auf bessere Erfolge hoffen durften. Wir setzten unsere Versuche im Vorderkastell fort, ohne andere Resultate zu erzielen. Da kam Peters auf den Gedanken, sich ein Tau um den Leib legen zu lassen und in die Kajüte hinabzutauchen. Wir begrüßten diesen Vorschlag mit der Freude, die mir die wiederkehrende Lebenshoffnung geben kann. Er begann sofort, sich seiner Kleider, die beiden Kleider ausgenommen, zu entledigen. Ein starker Strick wurde sorgfältig so um seinen Leib und seine Schultern gewunden, dass er nicht ausgleiten konnte. Das Unternehmen war schwierig und gefahrvoll, denn da in der Kajüte, wenn sie überhaupt Lebensmittel enthielt, auf keinen Fall viel zu finden war, musste der Taucher, wenn er unten angelangt war, sich nach rechts wenden und unter Wasser durch einen engen Gang ungefähr zehn oder zwölf Schritte bis zum Vorratsraum und wieder zurücktasten, ohne atmen zu können. Als alles vorbereitet war, stieg Peters zur Kajüte hinab. Zuerst benutzte er die Treppe, bis ihm das Wasser zum Kinn ging. Dann tauchte er kopfüber hinunter, indem er sich nach rechts wandte und bemühte sich, den Weg zur Vorratskammer zu finden. Der erste Versuch misslang. Nachdem er etwa eine halbe Minute verschwunden war, fühlten wir, dass heftig an dem Tau gerissen wurde. Dies war das verabredete Signal, dass er heraufgezogen zu werden wünsche. Wir taten es augenblicklich, jedoch so heftig, dass er sich an der Treppe ziemlich stark stieß und verletzte. Er brachte nichts mit herauf, denn er konnte nur ein sehr kleines Stück weit in den Gang hineindringen, weil er beständig harte Anstrengungen machen musste, um am Boden zu bleiben und nicht zur Decke emporgehoben zu werden. Als er bei uns ankam, war er sehr erschöpft und musste sich eine Viertelstunde ausruhen, ehe er sich zum zweiten Mal hinunterwagte. Der zweite Versuch hatte ein noch schlechteres Ergebnis. Peters blieb so lange unter Wasser, ohne ein Zeichen zu geben, dass wir unruhig wurden und ihn von selbst heraufzogen. Er war fast erstickt und hatte, wie er sagte, schon mehrere Male an dem Strick gezogen, ohne dass wir es gefühlt hatten. Schuld daran war wahrscheinlich der Umstand, dass sich ein Teil des Strickes in dem Geländer am Fuße der Treppe verfangen hatte. Das Geländer war überhaupt so sehr im Wege, dass wir beschlossen, es zu entfernen, ehe wir in unseren Versuchungen fortfuhren. Da wir außer unseren Händen keine Werkzeuge hatten, um die Arbeit auszuführen, begaben wir uns alle, so tief es gehen wollte, auf die Treppe, stießen mit vereinten Kräften gegen das Geländer und zerstörten es wirklich so. Der dritte Versuch war ebenso nutzlos wie die beiden ersten und es wurde immer klarer, dass wir unser Ziel nie erreichen würden, wenn wir nicht dem Tauchenden ein Gewicht mitgeben, das ihn unten am Boden hielt. Wir suchten lange Zeit nach einem geeigneten Gegenstande und entdeckten endlich einen der eisernen Tauhalter, den die Wellen so weit losgerissen hatten, dass wir ihn ohne Schwierigkeit ganz aus dem Boden des Decks zogen. Peters befestigte ihn an seinem Fuße und ließ sich zum vierten Male in die Kajüte hinunter. Diesmal gelang es ihm, bis zur Tür der Vorratskammer vorzudringen, aber er fand sie fest verschlossen und musste unverrichteter Sache wieder zurückkehren. Unsere Lage war verzweifelt und August und ich brachen in Tränen aus, als wir an die zahllosen Gefahren dachten, die uns bedrohten und an die Unwahrscheinlichkeit unserer Rettung. Doch war das nur eine Schwäche, die bald vorüberging.